Jaaa, das sind wir wieder! Hallooo! Ja, wir haben ein schönes Auto gefunden. Darum stellen wir uns mal da den Neber. Damit man uns mal beiden bewundern kann. Genau. Heidi, der Top-Moppel. Und Red Hat Dark Gizmo. Genau. So, dann würde ich jetzt mal sagen... Damit nur was schöner ist. Was denn? Dark Gizmo, du hast Auto. Na komm, lass uns mal Aufgaben machen. Suchst du schon mal eine Aufgabe rauf? Ich hole mir meine Waffe. Weil, ja. Oktoberfest brauche ich nicht. Warum denn nicht? Hm, ganz einfach, weil das Ding keinen Schaden macht? Da muss ich jetzt. Hast du das auch? Triff dich mit lebensfroher Sandy auf dem Schiff. Genau. Schauen die. Schauen die. Na dann. Ob verlassen wir mal auf. Dump. Na, wo ist die lebensfrohe? Ja. Du weißt, ich habe wirklich vermissen, dass du da rauskommst. Willst du was machen? Was hast du in mir? Nein. Ja, das haben wir das letzte Mal nämlich nicht abgeschlossen ganz. Stimmt. Wegen Zeit. Da hast du recht. Neue Aufgabe. Was haben wir denn für neue Aufgaben? Ja. Ich habe noch was von Schandys Liste. Beseitige Cent-Truppen. Oh, das machen wir doch glatt. Initialisiere die Virus in... Machen wir doch erst den Virus. Ja. Na dann. Ab in den Virus. So. So. Ab rein da. Da ist der Virus. Da. Und schlapp. Ah, da. Uh, geht das ab. So, bevor ich dem Virus in die Simulation schaue. Ich kann heute nicht spielen. Irgendwie klappt es heute nicht. Hm? Ach, egal. Das ist ein Geigenkasten wieder. Was? Oh, Feuer! Was? 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 Ich habe mich doch gerade wieder selbst hochgejagt. Oh, ja. Machst du doch gerne. Oh, ja. Machst du doch gerne. Lustige Musik. Ja. Passt irgendwie nicht, aber egal. Ja, wenn ich jetzt Oktoberfest noch dazu mache, ist, äh, ja. Das Chaos perfekt. Hey! Wer spielt denn gerade? Haha! Guck mal, das gefällt unseren Leuten die Oktoberfestmusik. Hahaha! Wir helfen uns auch jetzt! Hahaha! Ach du Scheiße! Ne, ich bin lieber was anderes. Ne, ich bin lieber was anderes. Oh apse das Ding! Ah! Ich bin lieber Heavy Metal an, na ja. Ich bin lieber Heavy Metal an, na ja. Dankeschön, du darfst jetzt mal vertreten. Ja. Das ist doch etwas anderes. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Und, du. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Gott, ich hätte doch lieber Heavy Metal anlassen sollen. Ja. Ich weiß, wer in deinem Band ist. Ich weiß, wer in deinem Land hat. Ich weiß, wer in deinem Land hat sein kann. Ich geh, ich geh' geschafft. So, ich hol mir ... Sit. Sit! Bleib stehen, du Sau! Hab' ihn! Wir sind ein paar Zinn schulen, aber nichts machen. In der nächsten ... ähm ... Seid, er geht in Zinn-Truppen! was schon bis erst mal mir die bestruppen wie das truppe das wird jetzt lustig werden wieso ich hab grad was aktiviert wie es aussieht macht nix ich hole dich ein die hacken brennen schon jung jung kannst ruhig aktivieren oder bist du schon mittendrin ich bin mittendrin was darf denn müsste ich auch nur mit schon wieder was hat denn jetzt für eine waffe ähm erdbeben hallo kann ich erdbeben nicht auswählen ach jetzt hallo mach doch endlich am besten ist Eisplaster oder was anderes alter wenden die langsam her mh 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 na dann zeig ihm wo der hammer hängt blöder wächter gelöscht gelöscht diese fahrer reicht gut wir müssen wieder aufs schiff den unruher müssen wir auch mal ausschalten wenn es soweit ist oder so ähnlich so das immer wieder danach haben wir glaube ich nur noch matt und dann haben wir wieder nur unsere anderen sagen genau schrumpfen ist auch was ja so aufträge schließt schließt den hotspot ab wieder ab in die maschine um die ecke das ist jetzt der hotspot den wir die ganze zeit umkreist haben ja dann wollen wir mal so stand gerade alle schön auf einem fleck erster generator habe ich das rote kabel rausgerissen gut send wieder truppen wenn ihr uns so einfach die sachen überlassen und kann ich nicht bearbeiten hä möchtest du ihn eigentlich bearbeiten können weil ich kann auch ja 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 dann ich kann nicht bearbeiten ich kann das ding nicht aktivieren ok ich bin schon an brütteln Ich werde es wiederholen. Tschüss. Jupp, das ist jetzt unser Output. Wieder erreicht. Ich habe ein kleines Code aufgenommen, um zur Simulation zu beenden. Ich habe keine Sicherheit auf ihn, während ich ihn installiere. Sitz fliegt durch. Mein Sitz, mein Sitz, mein Sitz. Meiner. Ich krieg den Sitz und du dann erst mal in die nächste Tankstelle. Oh Gott. Muss man jetzt hin? Oh Gott, Stefan, was machst du denn mit Scheiß? Wo müssen wir denn jetzt hin? Du bist doch direkt davor. Also hier. Nein, ich sehe gar nichts. Du stehst eigentlich direkt gerade. Stehen wir jetzt davor. So, jetzt lade den Virus hoch. Jetzt habe ich das. Na dann, laden wir mal hoch. Ja. Hm, nur zwei Wellen. Das sind aber die Wellen mit 12 und 24 Kills, also. Och, kriegen wir hin. Das ist aber, weil du sagst nur zwei Wellen. Ja, die anderen waren vier Wellen mal acht. System nutzen, sie haben auch jenseit. Ja, da gehen wir ab keine Ahnung. Ich warte alles jetzt haben. Der به52 und Schatzkolle ist glied drauf. Der Bei-Ref53 hat ihm sehr schwarzen wir coloursinander. Los. schon wieder ich sehe ihn die sehen 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 weil Haken ich hab ihn würde Justin's Dumpen da immer gut dann sammle ich mal weiter was ist für ein Hack Lass mich raten, das war so ein, ähm, äh, ich sehe es schon, bevor das Ding überhaupt geladen ist. Ähm, du hast vier gerade Teile. Links und rechts ist der Eingang direkt auf eine Höhe, mit vier Feldern zwischendrin. Okay. Deswegen, was ist das für ein Hack? Hallo? Ja, ein leichter Hack. Oh man. So, Matt, Matthew, wo bist du? Ach du, du spielst wieder da unten, oder? Alle hopp. Yep, du spielst wieder. Danke für die Hilfe mit dem. Zumindest fühle ich mich nicht, wie ich blind hier fliege, wenn es zu ZIN-Programmung geht. Ist das ein Upgrade für dich? Oh, ich weiß, du möchtest das Outfit mehr. Natürlich mache ich das, Matthew. Das ist vielleicht auch mal ganz praktisch, dass wir uns da mal wieder drum kümmern. Mhm. So, Upgrade. Ich habe kaum noch Bargeld. Gesundheit. Ah, nehme ich. So, was haben wir hier? Schaden. Hand, Feuer, Waffen, Nummer drei. Ich liebe ja meine beiden Pistolen. Ja, die sind cool. So, Pony, was gibt es denn? Bargeld-Erhöhung. Drei. Neh, nehme ich. Überweisungsrate. Ne, das ist mir gerade zu teuer. So, Kräfte. Was gibt es denn noch für schönes für Kräfte? Plaster. Äh, Upgrades. Ich habe genug Datensammlung, nicht genug Datensammlung. Explosiver Tod. Neh, mich. So, ich habe keine, kein Geld, keine Datenfragmente. So, Moment, ich bin gerade am, gerne doch. Ich benutze ja am liebsten eigentlich den Blaster. Jo, Blaster voll. So, Aufträge. Was machen wir jetzt? Ähm, so was aus. Ach, komm, mach mal, liebe von Asha. Genau. So, bevor wir loslegen, gehe ich nochmal eine Runde in den Waffen-Shop. Mach das, ich habe eh kein Geld. Müssen wir hin? Da. Da ist direkt ein Waffen-Shop und die Erkenntnis. Oh, ja, das ist ja schon fast wieder an der Zeit dran. Ist doch perfekt. Das heißt, äh, Waffen aufstocken und dann... Da ist der Waffen-Shop. Ah, nein, ich wollte doch eingesprinten. Tür auf. So. Hm, was nehmen wir denn jetzt? Aber ich denke, ich nehme... Oh Gott, den habe ich ja überhaupt noch nicht geupdatet. Gut, dann weiß ich, was ich jetzt mache. Gut. Nehme ich. Gut. Modition kaufen. Okay, ist voll, ist voll, ist voll. Gut, dann ready to go. Um Sessi, der Spahn, bis ich was machen kann. So, dann würde ich sagen, rennen wir nochmal zum Quest und dann machen wir bei der Folge hier mal Ende, oder? Der grüßt dich hier. Hm? Der Baubeater hatte ich gerade gegrüßt. Moin Bauarbeiter. So, würde ich sagen... Ja. Wenn wir die Aufnahme und... Genau. Ja. Aber würde ich sagen, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche, tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.